Sautanz ist im Burgenland und Bolsenkocht ist wieder eingeladen worden, bei so einem Wetter, eiskalt Temperaturen um die 0 Grad und so ein Sonnenschein, was ganz besseres passieren. Sautanz Schlachtfest, wozu, warum? Davon gibt es schon ein Video, habe ich gemacht, habe ich da verlinkt. Wenn man so ein Schwein schlachtet und dann eben zerlegt, entstehen endlos viele Gerichte. Jedes für sich wirklich ein Schmankerl, aber eines ist mein Favorit, das ist die Blunzen oder auch Blutwurst genannt und die werden in jeder Region anders gemacht und hier bei uns im Burgenland, da gibt es einen eigenen Ort dafür und dafür habe ich mir den Fleischermeister Willi hergeholt und der zeigt uns, wie das geht. Ich hoffe, ich darf ein bisschen mitkochen mit ihm und werde etwas davon lernen. Gleich vorweg, gut Ding braucht Weile. Um zu einer guten Blunzen zu kommen, muss man zuerst mal das Schwein zerlegen, um die vielen, vielen guten Schmankerl daraus zu gewinnen. Die Blunzen kommt da erst etwas später hervor. Das erste Gustastück beim Sautanz sind die Grammeln. Zuerst wird der rohe oder auch grüne Speck. Warum der grüner Speck heißt, ich habe keine Ahnung, ich habe das bis heute nicht herausgefunden. Was soll's, also der Speck wird in Würfeln geschnitten und dann wird in einem riesigen Feuerkessel das Fett ausgelassen. Übrig bleibt das feine Schweineschmalz und die knusprigen Grammeln. Für die Blunzen wird nun das viele Kleinfleisch, die Schwarteln und vieles andere, was beim Zerlegen des Schweins anfällt, in ein Netz gepackt und in den Kessel für zwei bis drei Stunden verkocht. Und nicht zu vergessen, der Sauschädel kommt da auch rein. Jetzt ist Zeit für die anderen Gerichte, Schweinsbraten, Sautanzleber, Krautfleisch, Knödel und vieles mehr. All diese Schmankern werden jetzt zubereitet. Und das heißt ja Sautanz. Also gibt's auch Amusi. Jeder, der ein Instrument spielen kann, ist da dabei. Auch ich fröne dieser Leidenschaft seit meiner Kindheit und ich gebe dir immer mein Bestes. Gessen und gespült ist genug geworden. Jetzt geht's an die Brotwürstel oder auch Bratwürste genannt. Inzwischen ist das Fleisch für die Blunzen fertig gekocht. Nach dem Abkühlen wird's von den Knochen gelöst und das kommt jetzt alles in den Fleischwolf. Fleisch ist faschiert, jetzt wird's ernst. So, ich bin jetzt soweit. Ich bin Willi gefunden, Fleischermeister. Der zeigt uns jetzt original burgenländische Blunzen. Willi, was kommt da rein? Zuerst einmal die Semmelwürfel. Jetzt geben wir einmal rein, Ole. Jetzt kommt das Salz drüber. Wie ist das? Jetzt geben wir einmal das Salz. 20 Dekker. Ja, da kommt Majoran. Da tun wir so einmal, zweimal, dreimal, aus. Das werden wir jetzt einmal verrühren. Da kommt das Schmalz, das Salzschmalz. Salzschmalz ist das Fett, das bei der Krammelproduktion überbleibt. Man kann aber auch, wenn man die Blunzen in der Küche zu Hause macht, normales Schmalz verwenden. Jetzt kommt da noch das viele gute Fleisch hinein. Für zu Hause könnt ihr natürlich in kleinen Mengen einfach einen Schopfbraten oder einen Karreebraten mit der Schwarte verkoken. Das geht genauso. Das ist das Blut. So, das ist so. So, das ist so. Ja. Das ist... Übrigens, das Blut bekommt man auf Bestellung beim Fleischer. So, nach einer halben Stunde herumrühren, bin ich fertig. Willi, ich darf jetzt. Hast du auch was? Ah, echter Spritzer. Eine halbe Stunde rühren. Jetzt gehen wir es rein in die Maschine mit ihm. Die Antiquare Wurstmaschine, ich glaub, die ist sicher 100 Jahre alt. Die ist jetzt vorbereitet, rein mit dem Brät. Die Therme sind eingeweicht. Ja, das Entwirren vom Rindstern ist so eine eigene Geschichte. Aber wenn man will, geht's. Darm aufspannen und rein mit der Blunzen. Bei uns macht man die Blunzen zu einem Kranz. Zum Abbinden macht es sich gut, wenn man vier Hände zur Verfügung hat. Aber mit ein bisschen Geduld geht's auch allein. Mittlerweile ist es schon dunkel geworden, das Wasser ist heiß und die Rohenblunzen kommen für 60 Minuten bei 75 Grad Celsius in den Kessel. Die Temperatur, die sollte man schon einhalten, sonst gibt's am Ende nur einen Blunzenbrei. Ein Thermometer wirkt ein Wunder. So, die Blunzen war jetzt bei 75 Grad. Eine Stunde im heißen Wasser drinnen. Sie ist fertig. Sie schaut echt gut aus. Riecht sehr gut. Was jetzt natürlich hier dazugehört, ist eine Creme, ein Brot und ein Senf. Ich werde sie jetzt einfach einmal aufschneiden. Sie schaut tadellos aus. Riecht natürlich sehr gut, wie gesagt. Und schaut sich das an. Herrlich. Das, ich kann euch gar nicht sagen, das ist das Burgenland. Das schmeckt so verdammt gut. Da merkst du alles. Den Majoran, du merkst den Sauschell, der da drin verarbeitet ist. Das Blut natürlich. Die Semmelwürfel, da gehört alles rein und es schmeckt wirklich gut. Liebe Leute, probiert zusammen es selber zu Hause. Man kann es auch in der Küche machen. Man muss nicht unbedingt einen großen Sautons veranstalten. Und ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Viertag. Also geht wie mir.